Es ist nicht schwer, aber stressig. Echt stressig. Ich will nicht den Rest meines Lebens so leben müssen. Wirklich nicht. Wenn alles gut läuft, haben wir nächsten Monaten eine Wohnung. Wir versuchen nur irgendwie das Geld dafür zusammen zu kriegen. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 21. Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Ich bin in einer Gang. Leider. Manchmal wünschte ich, ich wäre es nicht. Dann denke ich, Mann, wenn ich es nicht wäre, würde ich dann auch so leben. Aber eigentlich hat man ja die Wahl. Du kannst frei entscheiden. Du kannst in einer Gang sein und gleichzeitig zur Schule gehen, wenn du das wirklich willst. Das ist deine Entscheidung. Wenn du es willst, ziehst du es auch durch. Ich bin müde. Ich will nur meine Ruhe. Ich habe mein Leben versaut. Statt mich in einer Gang anzuschließen, hätte ich meine Kindheit genießen können. Aber das habe ich nicht. Ich wollte erwachsen sein. Zu schnell. Und so kam es dann ja auch. Zieh mich an. Manchmal führe ich mich auch wie eine verbitterte alte Frau. Weil es einfach bescheuert ist. Ich will eine Familie. Ich will nicht Schiss haben müssen, zu der oder der Straßenecke zu gehen, weil ich in der A-Team bin. Nein, danke. Was, wenn ich mal Kinder habe? Ich will nicht, dass meine Kinder die Straße lang gehen und ich kann nicht mit, weil er an der nächsten Ecke irgendwo auf mich schießt. Ist doch scheiße. Wie alt warst du denn, als du in die Gang bist? 13. 13. 13 Jahre lang. Gutes, ich lebe. Und bin mit dem Typ zusammen, den ich liebe. Auf dieser Welt wird dir nichts geschenkt. Eins hat sich verfärbt, das andere auch, aber nur schwach. Eins ist dunkler und eins heller. Bin ich's jetzt oder nicht? Das andere soll sich gar nicht verfärben, oder? Ja. Beide sind verfärbt. Sie hat gesagt, sie wäre nicht schwanger. Ich blick's nicht. Sie ist also schwanger. Respekt. Da kommt Verantwortung auf uns zu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mal abwarten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Verdammt, ich krieg ein Baby. Verdammt, ich werd Mama. Wie fühlst du dich? Ich bin glücklich. Sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin's wirklich. Und ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ich bin's wirklich. Ein kleines Mädchen. Ich hoffe, es geht alles gut und mir passiert nichts. Und ich bin froh, dass Edwin bei mir ist, dass er mich nicht hat sitzen lassen. Ich krieg ein Baby. Ich krieg ein Baby. Damn, ich habe ein Baby. Ich bin's. Die Mädchen sind verrückt. Sie sind nie glücklich. Was die fuck? Ich bin glücklich. Oh, ja. Ich bin glücklich. Ich weiß, ich bin glücklich. Aber ich bin glücklich,信 mir. Naja, du bist. Wo verläuft die Grenze zwischen Liebe und Hass? Zwischen Reue und Hoffnung? Gut und Böse? Alle Frauen erzählten mir als erstes von der Liebe. Von der Liebe, nach der sie sich alle sehnen, auf ihre eigene Art. Dann erzählten sie von der Gewalt. Von der Gewalt als Überlebensstrategie, weil sie nichts anderes kennen. Für sie ist das Leben scheiße. Hoffnung gibt es keine. Die gibt es nur für die anderen. Für die, die ein normales Leben führen. Ständig sein Leben zu riskieren, heißt auch, jeden Tag intensiv zu erleben. Also machen sie immer weiter. Besondere예요.